Herzlich Willkommen zu unserem Channel Today, hier im Gymstab. Wir machen mit euch heute 2 Minuten Russian Twist und ich hoffe, ihr habt genug Toilettenpapier zu Hause. Ihr braucht 4 Toilettenpapierrollen. Die Regeln sind 1 Turbierrolle, muss über die andere Seite rüber. Und wenn der Turb komplett auf der anderen Seite ist, gilt es 1 Punkt zu haben. Wir machen 2 Minuten, machen die Musik einfach mal an und jeder versucht das zu Hause so schnell und so sauber natürlich auch, wie er kann. Ausflug ist immer noch das Wichtigste, denn die anderen Leute. So, seid ihr bereit? Ja? Dann gehen wir einfach mal los. Alle Hütensätze, ihr habt 3 verschiedene Varianten, wie ihr das euch selber anstrengend machen könnt. Wir können entweder die Füße auf dem Boden lassen, wir können entweder die Füße nach oben nehmen und überhalten. Oder ihr könnt sogar noch rechts und links mit den Beinen arbeiten, sodass ihr für euch euer Level für 2 Minuten herbekommt. So, wir legen los. Der Timer läuft gleich an, sobald ich hier drauf drücke. Denkt an, nur ein Knopfpapier pro. Auf die Plätze. Fertig. Und los geht's. 2 Minuten arbeiten. Let's go. So, mit beiden Händen müsst ihr das rüberschmeißen. Radio Nummer 1. Nummer 2. Let's go. Komm. Ihr müsst auch einmal immer ganz gerne greifen. Papp. Schön rechts und links. Let's go. Come on. Komm. Ja? Aui. Ab. 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 Komm, top. Schön ran gehen. Haltet die Beine oben. Rotiert den ganzen Körper. Komm. Haltet. Schön die Mutation auf die Körper. Aber ich habe schon vergessen, wie die ich gesehen habe, das ist aber vollkommen egal. Einfach aufnehmen und einfach loslegen. Wenn ihr umfallt, müsst ihr natürlich neu starten. Come on, durchhalten. Durchhalten. Come on, schön Gas geben. Das sind nur 4 Minuten bei mir bleiben. Come on, weiter, 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 weiter. Let's go. Come on, wir haben noch 40 Sekunden. Wer schafft hier am meisten? Come on, come on. Ich hoffe, ihr müsst alles neu machen. Come on, come on, die letzten 30 Sekunden. Jeder macht so, dass er kann. Jeder macht weiter. Come on. Let's go. Die letzten Sekunden sind das hier. Come on, schön runter. Come on, weiter, weiter, weiter. Die letzten Sekunden hier. Come on, 5, 4, 3, 2, 1 und 2 Minuten sind oben. Sehr, sehr, sehr gut. Wunderbar. So. Ganz wichtig für euch zu Hause. Nehmt diese Challenge für euch auf. Nehmt diese Challenge für euch auf. Ladet sie auf Instagram, auf Facebook hoch. Verlinkt uns oder schickt uns das Ganze per E-Mail, wenn ihr das Ganze nicht veröffentlichen wollt. Wir machen ausnahmlich eine Challenge. Wer zum Schluss unserer Corona-Lockdown die meisten Challenges gewonnen hat, der lassen wir uns was Tolles für einfallen. Also sagt dabei, macht mit. Mit der Gypsa-Family. Nach den ersten Sekunden raus geht's weiter. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Ciao.